Sie sehen mich da, in einem indianischen Spielcasino. Diesmal geht ihr in die Knie. Ich geh gern in die Knie. Darauf lass ich ein. Jungs, Jungs, seid mal ruhig. Ein Elvis-Imitator hat die heilige Kriegermaske des Häuptlings gestohlen. Ich will die Maske zurückhaben. Eine Million Dollar. Wo ist die Maske? Was? Falsche Antwort. Diese Kriegermaske verleiht besondere Kraft. Werden wir da drin ein Mordopfer finden? Mit mir sicher. Es kann nur einen King geben. Uh, erzähl das den Sheriffs. Und jetzt gib mir die Maske. Zwerg Elvis? Kleinwüchsiger. Wie du gesagt hast, der ist voll empfindlich. Na, vielleicht zu sehr.